Befehl von oben, wir haben grünes Licht. Bewegung, rüstet euch aus, wir fliegen ins Kriegsgebiet. Wegen Info-Sensual hatte ich letztens wirklich ein crazyes 2v2. Wegen wen? Wegen Info-Sensual. Ah. Wir hatten nicht glaubt. Ob 87 oder 88 stinkt es. Also aus dem 2v2. Das war ne Logi. Das ist ein Kracher. Richtiges Bot-Race. Sollts gleich mal Whatsapp gucken, Pascal. Äh ja. Gambino. Einer landet da links irgendwie. So, ein Team landet links. Der König angenommen deswegen. Lassen wir gute Waffen, können wir das eigentlich echt fighten. Es ist ein ganzes Team. Es ist ein ganzes Team. Naja ich weiß. Wobei können wir trotzdem fighten. Die sind komplett crazy die Jungs hier. Ja wirklich komplett crazy. Alle 3 Tomb Raiders genannt. Warte mal Rang 16 kamen sie. Die werden von Dings von Vinary abgeschossen. Pass auf. Fakt. Fakt. Ich hab einen noch gekriegt. Ich bin dead. Vampir ist auch schon einer. Ich bin dead, weil ich den noch hier nicht bekomme. Wie geil ist das denn? Ich bin nicht so gefickt. Ich bin nicht so gefickt. Ich bin nicht so gefickt. Ich bin so gefickt. Es ist so gefickt. Es ist so gefickt. Es wird hier stinken ja. Andere ist Richtung Pier glaube ich. Also von diesem Triple Two Raider Team hackt der eine. Rang 17 kamen sie in eins. Ich höre halt auch gar nichts wegen dem Cluster hier leider. Aber auch wieder diese Zone vertrecken, die komplett einer hängt. Unter mir ist einer. Das ist der letzte von dem einen Team her. Ich habe eine Drohne, warte. Mach an. Der ist genau unter mir, der. Ja, der ist hier unterm Tier dran. Ja, ich sehe den, der ist hier. Der ist weak. Kannst du pushen, Shitbreak. Was? Stark. Der Feind setzt seine Konterdrohne ein. Die ist von anderen gefinished einfach. Den wird noch von woanders geschossen. Ja, von dem andern Ball. Links neben uns. Ich habe 18 Platten, Decker. Boah, das wollen wir. Winery hat euch gemörsert. Hier oben ist das. Ja, die ist das. Oder wie snipet ihr mich? Ich kann die da hinten links mal clustern. Die da snipen die ganze Zeit. Ja, das ist halt, wenn wir die holen, wir müssen die halt frischen. Ja, ich versuche hier mal noch zu bekommen. Von rechts habe ich eigentlich einen guten Angle auf die. Mhm. Ich habe leider nur eine Ramm vom Boden, aber könnte schlimmer sein. Wir haben da eine Sterbmine. Warte, ich bin auf dem Dach, muss mich kurz platen. Die sind unten drinne. Ich habe wieder gar nichts. Sind die auch weg? Die sind runtergedocht. Ja, ja, sind runtergedocht. Gute Shots. In der Cave oder was? Ne, weiter schon. Ne. Da. Da. Der snipet einer. Full Team ist er auf jeden Fall. Warte, auf den habe ich einen guten Angle jetzt eigentlich stehen da. Der Maid deckt ihn, er rennt weg. Verloaded ist halt Full Ass. Komplett Ass. Ich gehe trotzdem mal in die Richtung. Da hinten ist was. Da. Boah, jetzt werde ich von den anderen Shop angeschossen, Junge. Ihr kriegt den Kill doch eh nicht. Ist genau unter denen der Cave sind sie. Ja, hier. Mhm. Die laufen hoch. Oder ich check hier gar nichts. Also oben, unten, links, rechts. Er ist hier on me. Ja, das war der. Das war der Shrimp. Voll geil, wo das Loadout aber liegt. Ja, das ist auch mal. Ja, ja. Ja, ja. Einer ist hier oben gelandet. Da oben. Weiß ich, ob der Loadout sich ziehen konnte. Bei mir ist hier irgendwas close. Das ist so ass, wo wir hier gerade sind. Ist er da hinterm Loadout? Ja. Da hinten haben wir die Brusten nicht. Ja. Ja, ich werde gejagt halt. Ja. Die sind glaube ich über mir. Die schießen auch auf euch von über mir. Die sind glaube ich auch gut. Ja, die schießen auch nicht die. Ja, die schießen auch nicht die. Die haben recht. Ich habe Geistesangeschotzer gegenüber. Die Brake wirklich hinzeln. Ich geh hinter die. Ich steppe nicht. Mach den Stealth voll. Ich habe einen T-Break. An dem Stein. Die gemörsert in der Hütte. Hier war einer. Da war einer. Da war einer. Ich stelle in der Hütte noch. Da sehe ich. Mein Mörser hittet mal wieder gar nichts. Hab ich. Cool. Renate sind hinten, wo der Shop ist. Wo der Shop ist. Was brauchst du, Juli? Hättest du den. Hättest du den. Hättest du den. Hättest du den. Loaded nicht aufgemacht. Wäre ich stuck gewesen. Passt. Okay. Der hing in irgendwo. Blades von irgendjemandem. Eigentlich will ich den nicht fighten. Die waren vorhin hier. Auf der Drohne halt. Ja, die schießen auf mich von oben. Digga. Die sind oben auf dem Dach. Wo ist der Plattenbox drauf? Hier ist der. Oh ne. Ganz ehrlich, lass uns weg hier. Lass uns nach hinten. Lass lotsen. Das bringt uns wieder nichts. Lass machen. Komm. Also das ist wirklich crazy, was die Jungs zu da umschluss haben. Guck mal hier in der Luft. Der wird jetzt falsch. Macht's hier auf. Oder der schießt ja immer noch auf. Ich bin runter gesprungen. Ich bin runter gesprungen. Ich bin runter gesprungen. Okay. Einer landet hier am Lowry. Einer ist noch hier oben. Noch einer unten. Hier drinnen. Noch unten. Dings noch. Ground Zero. Die resen gerade. Wo resen die? Hier unten drinnen. Die haben schon gerast. Sind in das richtige. In den Bunker rein sozusagen. Ich werfe da eine S-Mine rein. Ich werfe noch eine Smoke. Dann rennt der vielleicht rein. Dann rennt der vielleicht rein. Ich sehe gar nichts hier. Nein. Hol uns mal ein tragbares Radar. Ist da? Warni. Noch Warni. Warni. Bei mir ist da auch was hier über mir. Lass uns mal hier lang. Lass mal schön hinter die laufen. Komm. Hier hoch. Hier hoch. Die sind da oben bei diesem Containermäßig. Mit Glück haben können wir. Kommen wir hinter denen. Die sehen uns nicht. Ich hab noch eins. Jetzt von rechts gelasert. Und wieder zu oben. Egal also. Ich hab nicht mehr Smoke. Ist gar nicht gut. Hab zwei noch von denen. Ja. Einer pusht mich einfach. Und will mich fulkeln jetzt. Hier. So ein Uhrensohn. Bei mir sind da auch noch zwei. Der ist eine Google. Ich hab seine Team jetzt beiden noch. Scheiße. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Deckung suchen. Nein sind da. Sack. Truppmitgliedstag wieder ein. Gut gemacht. Ist dir so eklig gerade. Einer ist über dir am gucken auf jeden Fall. Ja. Nein 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 nein. Die feiten da oben komplett. Ja. Drei Leute da. Juli einer ist drob über dir. Schlussverkauf beenden. Alle Preise wieder normal. Wow. Dick an. Schiller am Team. Ja sind sie ne. Ja. Die ganze Runde schwer so. Der Feind näher ist ich. Verstärkung ist jetzt unterwegs. Guter Abschuss. Markiere den Rest des Trupps auf der Taktik-Karte. Viel Erfolg! Markiere den Rest des Trupps auf der Taktik-Karte. Viel Erfolg! Einer ist noch am Schopf. Einer ist noch am Schopf. Hier kommt einer. Kommen wir hier. Das ist wirklich crazy. Einer ist hier noch unten bei mir am Schopf. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ja, ich bin tot. Da sind zwei Teams, die doch nicht am Schießen, Bro. Ihr könnt, wenn ihr es schafft, hier unten bei mir landen. In Ground Zero. Hier liegt alles. Ganz unten Ground Zero. Warte, ich glaube, es ist ein Landkarte, weil es schon on mir. Ja, es ist vielleicht schon on mir. Nice, sehr stark. Jetzt könnt ihr hier landen. Hier liegt alles. Hier liegt wirklich alles, was ihr braucht. So, oben. Digga, ich... Ich werfe hier Muni-Box. Komm, lasst dann rotieren. Wenn ihr könnt, schnell. Lass ja wieder hier verrecken. Warte hier auf euch. Ja, klar. Haben wir irgendwas an Drohne oder was auch immer so? Ne, ne? Oder Streak? No, ich habe nur ein Mobile-Box. Jaja, ich bin dead. Die gucken schon voll hier hin. Ich glaube, da unten hast du wieder unser. Ich kann uns nochmal smoken, aber... Zonen-Pull ist halt wieder respektlos. Wir können hier weiterlaufen durch den Tunnel. Das ist eigentlich unser bester Play. Das beste, was ihr machen könnt. Oh, mir ist was hier hinten. Hast du noch Smalls? Ne, ne, aber wir... Komm einfach mit, komm einfach mit. Wir müssen die jetzt hier fighten. Vor uns. Hinter uns, hinter uns. Wir sind hier erstmal Gucci. Wir können eigentlich noch weiter, ne? Reinfetzen. Komm, komm, komm. Lass uns einfach jetzt... Komm mitten. Irgendwo hier rein. Hier rein. Komm, 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 komm. Okay, erstmal Gucci. Über uns, über uns, über uns. Ich habe leider keine Nades mehr. Der liegt da? Der liegt da? Der ist ein bisschen weak. Der ist wieder ein bisschen weak, der Typ. Er ist wieder ein bisschen weak, der Typ. Ich höre noch andere, die werden komplett gewinkt oben. Werfe hier mal an der Dings hin, auf die Straße, kann ich euch gleich ne Maske kaufen, wir haben noch Geld. Hier ne Daumer noch, dann könnt ihr auch einer noch ne Maske holen vielleicht, ich mach aber Laid, also ich hol erst Laid, ich lass die über uns raus, ich hab ja keine Smoke mehr noch. Gar nicht. Von Jungen. Hinter mir aus der Zone von deiner goldene Maske. Schatz rein, der hier. Ich hab keinen Einzelnen davon, ist das crazy? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Die feiten untereinander, die feiten jetzt gerade untereinander. Nein, wieso kommt der? Hast du auch gesehen, wie ich da gerade einfach aus der Ecke bis auf das Dickerbord und was passieren mir immer für Sachen? Und warum hast du ja zwei von diesen Vorstoßdrohnen, Dicker? Was soll die Scheiße? Oh, ich... Weißt du, was er gemacht hat? Weißt du, was er gemacht hat? Okay, jetzt checke ich seinen Play. Seine Teammates sind von einem anderen Team gestorben. Er ist auf Unfall gekommen, wusste, dass du noch was und hat dich einfach nur noch mitgenommen. Weil er ist instant nach dir gestorben.